Wenn hier schnell ich Untote respawn, komme ich gar nicht voran. Das ist leider eine Tatsache. Ich hoffe, es ist mal nicht der Fall. Ich hoffe, es sind einfach nur sehr viele jetzt gewesen. Das habe ich echt ein Problem. Ich werde hier nachher gleich sehen, wenn ich hier rausgehe. Okay, da ist eine Spawnplatte. Da sind überall Gegner. Okay. Okay. Ach du meine Güte, was habe ich jetzt getriggert? Okay. 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 Ach, jetzt kapier ich das erst. Das hier sind die Spawnräume. Äh, sie hat doch die Pilze. Ja. Ja. Das Problem ist, ich will hier noch einen Bogen schützen und noch ein Ding hier rumlatschen. Okay. Okay, das sind wirklich... Jedenfalls meiner Meinung nach sind das Safe-Spots. Oder auch nicht. Sofern jetzt der Andere nicht kommt und auf uns schießt, ist alles okay. Das Gebiet drückt auf meine Frame-Rate, sehe ich gerade. Okay, wir haben herausgefunden, wie das Gebiet hier funktioniert. Curse-Bone-Skull. Ähm, Feuer. Ich kann den tatsächlich lösen. Oh, da macht er fast gar nichts mehr. Ähm. Ja, ich kann Sachen lösen. Oh. Wie dich zum Beispiel. ja hätten sie sich noch so ein viel der will ab für dich du bist bei schwerter schon auf max also gehst du jetzt auf rüstung für verdammt viel mehr health jetzt hast du helft also ja der extingue also der löscht zauber der ist in dem gebiet verdammt hilfreich muss ich sagen ich meine die blobs haben fast keine chance mehr diese blobs hier ja das ist creepy aus hat aber gereicht okay ich kann die auch das ist kein problem für mich okay missile weapons ist max ich werde vier punkte in assassination geben dass sie ein bisschen mehr tragkraft hat ja drei mehr tragkraft ist nämlich einiges wert air magic earth magic oder speckwaffe machen wir mal speckwaffe weiter habe ich irgendein speckwaffe zauber lifesteal kassa ist healed healer mount gleich damage dealt ja wäre auch nicht anders zu erwarten gewesen und ja ich glaube ich stecke jetzt gerade in der vulkan in dem vulkanischen gebiet fest um die blöde sphäre zu finden also das magie siegel was in ober den oberen bereichen die magie versiegelt ja euch kann ich auch löschen äh hier ist ein bisschen essen und ein coolstone drin den coolstone den nehme ich einfach mal zu meinem anderen coolstone mit und was ist noch in dem sack gewesen ein kraut für hier so das nimmst du mal wieder was zu essen das hätte ich eigentlich jetzt gerade aufheben können und eine schurike schuriken sind zum glück leicht kann ich dich auch löschen ne 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 ja ja ok die druckplatte ist ja gedrückt ich lösche jetzt einfach mal die gesamte krankische ebene wollte ich gerade sagen ja Ja.